Star Trek hat mein Leben grundsätzlich verändert. Ich bin auf Conventions jedes Mal zunächst schockiert. Ich muss kurz innehalten und mir klarmachen, dass ich Freunde habe, die ich auf einer Convention vor 20 Jahren kennengelernt habe. Sie haben gesehen, wie meine Kinder groß geworden sind. Sie wissen alles über mich und ich alles über sie. Sie leben in Australien, in Deutschland oder in Irland und ich hätte sie auf andere Art und Weise niemals kennengelernt. Eine solche Verbindung über Star Trek zu haben, ist bemerkenswert.